Brillendesign aus Remscheid. Bei Frank-Berkhoff-Augenoptik auf der Allee-Straße bedeutet das 100% Leidenschaft, 100% Handwerk, 100% Qualität. Wir entwerfen Ihre individuelle Wunschbrille. Der Deutschlandcup ist etwas ganz Besonderes für Remscheid, für Nordrhein-Westfalen und vor allem für unser Städte-Dreieck. Wuppertal, Solingen, Remscheid könnte das also ein richtiger Hit werden. Und neben dem Schirmherrn haben wir aber auch viele Vereine, die helfen, unter anderem die SG Hackenberg. Wer ist sonst noch alles beteiligt? Ja, die SG Hackenberg, denen danke ich natürlich schon jetzt für Ihr Engagement. Da werden etwa 150 Leute zum Einsatz kommen. Das sind ja drei Tage, die dort bestückt werden müssen. Und wir haben natürlich auch unsere eigene Crew, die den technischen Teil fliegerisch und springerisch erledigen müssen. Und das ist natürlich auch sehr aufwendig. Und wir haben uns mit dem Oberbürgermeister unterhalten, was die Remscheid erwartet, was sein Eindruck ist von diesem neuen Sportformat, welches sich hier in Remscheid vielleicht etablieren könnte. Burkhard Massweiz, Remscheid ist bekannt für Sportarten, die am Boden stattfinden. Jetzt haben wir im Juli ein sportliches Großereignis. Die Fallschirmspringer kommen mit dem Deutschlandcup nach Remscheid. Wie kam es dazu? Also die Geschichte fing damit an, dass der Fallschirmclub das Bergische Städte-Dreieck im letzten Jahr im Sommer beim NRW-Tag vertreten hat. Die sind gesprungen über dem Rhein, war eine tolle Geschichte mit den Fahnen des Bergischen und der Sparkasse, haben damit Werbung gemacht für uns. Und da ist die Idee entstanden. Das ist ja ein sehr erfolgreicher Sportclub, der im Remscheid weniger in Erscheinung tritt. Wir haben keinen Flughafen, sondern eben vor allen Dingen national in Erscheinung tritt und auch international Weltmeistertitel, Vize-Weltmeistertitel und deutsche Meisterschaften geholt hat. Und dann kam Klaus Mattis mit der Idee, den Deutschlandcup hier in Remscheid ausrichten zu wollen. Ich habe gesagt, das ist eine schöne Idee, weil es ist nochmal eine gute Werbung, nicht nur für unsere Stadt, sondern auch für Städte-Dreieck und auch für die Sportregion. Weil es ist eine nicht ganz so populäre Sportart, aber doch eine, die spektakulär ist von den Bildern, die wir auch eben in der Pressekonferenz gesehen haben. Und wir machen damit Werbung. Ich freue mich, den Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland kommen und unsere Region kennenlernen. Ich freue mich, dass viele Remscheiderinnen und Remscheider hingehen, die zum Beispiel den Tandemsprung mal ausprobieren wollen, denn das Angebot ist ja auch da. Aber mit dem Musikprogramm und mit der Unterstützung der SG Hackenberg wird das ein rundherum tolles Fest. Und das steht uns als Stadt und als Region gut zu Gesicht. Ja, wir sehen, also auch der Oberbürgermeister steht voll und ganz hinter der Veranstaltung. Welche Auflagen musste man erfüllen, damit man zum Beispiel Hubschrauber starten lassen kann? Die Sportler müssten in die Luft getragen werden. Wie muss man sich das vorstellen an diesen drei Tagen in Remscheid? Also ich muss mal zusammenfassend sagen, technisch natürlich sehr aufwendig, eben durch das Fluggerät der Hubschrauber sowieso. Weil wir haben ja keinen Flugplatz, wir haben keine Flächenflugzeuge, keine Landebahn. Es passiert alles vor Ort mit dem Start der Hubschrauber und das muss alles koordiniert werden. Aber das machen die Piloten mit der Flugsicherung. Aber das muss alles berücksichtigt werden. Es gibt eine besondere Disziplin, was hier dargeboten wird, das Zielspringen. Wie darf man sich das in kurzen Worten erklärt vorstellen? Also der Hubschrauber läuft, vier Leute steigen also in den Hubschrauber ein. Der Hubschrauber steigt auf tausend Meter Höhe, fliegt also an und dann springen die Vierspringer in etwas abgesetzter Form raus. Und jeder sucht sich das Ziel und sie werden dann das Ziel, die Landematte ansteuern, wo dann hoffentlich eine Null getreten wird, damit der Sieger dann auch später ermittelt werden kann. Verraten Sie uns, wie breit ist denn die Null? Wie darf man sich das vorstellen? Also quasi um Nullpunkte zu erzielen? Ein Zentimeter. Ein Zentimeter? Das ist ja gerade mal wie eine Münze. Genau so ist es. Und das schaffen auch die Sportler? Das sind also Hochleistungssportler und diese Disziplin an sich ist eine sehr komplizierte Disziplin, bedingt durch den Anflug. Der Anflug muss stimmen, der Wind muss stimmen, um sozusagen diese Null zu treffen. Aber wir werden ja drei Tage jetzt nicht nur Sportler sehen, sondern man hat sich auch überlegt, nochmal ein Rahmenprogramm zusätzlich stattfinden zu lassen. Was erwartet die Remscheider? Also die Zusammenarbeit mit der Musikschule, mit dem David Schmidt und seiner Crew bietet natürlich für den Samstag etwas ganz Besonderes. Und da freue ich mich auch drauf. Wir haben also eine Bühne aufgebaut und das wird für das Publikum, für die Springer, für die gesamte Mannschaft dort etwas Besonderes werden. Ja, das Rotationstheater ist ja überregional hier bekannt und wir hatten auch die Gelegenheit, mit David Schmidt ein paar kurze Worte zu wechseln, was die Remscheid erwartet im Juli. David Schmidt vom Rotationstheater. Die falschen Springer kommen nach Remscheid für drei Tage und am Samstagabend gibt es dann nochmal ein ganz besonderes Rahmenprogramm. Genau, wir präsentieren die Gruppe ABBA, eine neu gegründete Formation mit Jennifer Budeck an der Spitze. Jennifer Budeck ist in Remscheid, gerade in Lennep auch bei uns in der Region schon sehr bekannt. Freue ich mich sehr, dass wir eben diese Gruppe präsentieren dürfen, da zumal ja ABBA-Hits alle bekannt sind und rauf und runter gespielt werden tagtäglich. Und das ist für die ganze Familie eben ein Programm. Ein ungewöhnliches Format für das Rotationstheater, eine Open-Air-Veranstaltung oder hatten wir damit schon Erfahrung gesammelt? Ja, wir hatten im Jahr 2015 den legendären Sachsentag mit Stefanie Hertel an der Spitze und das ist uns, wie ich persönlich finde, mit 3000 Zuschauern sehr gut gelungen. Also das war eine Premiere, auch fürs Rotationstheater. Und im Rahmen des Lenneper Sommers haben wir nun vorher schon einige Veranstaltungen auch Open-Air durchführen dürfen. Und von daher ist es also jetzt kein wirkliches Neuland fürs Theater, aber es ist natürlich jetzt ein Highlight, weil das geht über drei Tage. Und beim Deutschlandcup mit dabei sein zu dürfen, da freue ich mich persönlich natürlich sehr. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also quasi ein Rundum-Programm, vergleichbar fast wie mit einem NRW-Tag. Das ganze Städtedreieck ist auf den Beinen. Was wünscht man sich für den Tag, neben natürlich dem strahlenblauen Himmel für die Springer? Ja, was wünscht man sich? Viel Publikum, dass es auch das Publikum anspricht. Aber gehen wir von aus. Wo ich mich besonders darauf freue, ist eben dieser Zusammenhalt dieser drei Städte. Solingen, Wuppertal, Remscheid. Ich glaube, da haben wir etwas geschaffen, was also für alle drei Städte zum Greifen nahe ist, hier den Zusammenschluss zu dokumentieren. Ich bin ganz ehrlich, ich bin eigentlich immer so die Schiffsbox, wie man beim Bergischen sagen würde, was Springen angeht aus großen Höhen. Aber die Remscheider haben die Möglichkeit, zum Beispiel Tandemsprünge auch zu absolvieren. Auch das ist nochmal in diesen drei Tagen möglich? Ja, wir haben also zwei Hubschrauber im Einsatz und wir haben zehn Tandem-Master. Das heißt also, wir haben eine hohe Kapazität, eben die Gäste, die sich jetzt schon gemeldet haben, nach oben zu bringen. Und die Kapazität wird ausgereizt? Hat man da so Erfahrungswerte? Naja, wir machen das ja jetzt in Remscheid zum ersten Mal mit einem Hubschrauber über drei Tage. Und wenn man sich überlegt, so ein Flug bis auf zweieinhalb bis dreitausend Meter dauert etwa zehn bis 15 Minuten. Dann kann man sich leicht ausrechnen, wie viele Tandem-Gäste möglicherweise an einem Tag durchgeschloss werden können. Sollten Sie also am 7., 8. und 9. Juli noch nichts vorhaben, sind Sie herzlich eingeladen, nach Hackenberg zu kommen. Drei Tage gibt es den Deutschlandcup der falschen Springer in Sachen Zielspringen mit 35 Mannschaften und natürlich vielleicht auch Sie als Tandemspringer. Wir freuen uns auf Sie. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Vielen Dank.